Hallo Freunde, kommst du, kommst du, kommst du, kommst du, kommst du, meine Freunde? Baut, sie kauft sich einfach ein Haus, man, verdammt nochmal, für 935.000 Euro. Baut, du mein Respekt, man, aber du hast doch schon 6 Häuser. Vermietest du jedenfalls, du musst doch an den Profit denken. Wenn du mal einen Finanzberater brauchst, melde dich bei mir. Ich helfe dir, ich vermiete die Wohnung für dich. Natürlich musst du Provisionen geben, wenn ich alles verwalte. Also Minimum 200.000 muss schon drin sein. Aber ich verwalte all deine Häuser, in Bayern, in Berlin, in Hamburg, ich verwalte alles für dich. Weil wenn du eh so viel Cash hast, kannst du auch ein bisschen was abgeben. Für die Brüder aus der Hood, du weißt, was ich meine. Aber mein Respekt, man, der Junge hat den Olympienmarkt direkt auf dem Schirm, meine Freunde. Er weiß, wie er investiert, man. Er ist sein Geld nicht so auf dem Konto verfaulen und es wertloser wird, der Mann investiert. Also müsst ihr, der neue Finanzgeruch heißt Bones MC, meine Freunde, ihr wisst auch Bescheid, man. Bald gibt es noch riesen Investitionen in Kryptowährungen und die Milliarden sind drin. Ihr wisst Bescheid, man. Der neue Jeff Bezos. Knochen MC, was geht, meine Freunde? Okay, meine Freunde, das war's Video von Lünern. Bruss. Abonniert, like, nicht vergessen, meine Freunde. Und bis zum nächsten Mal, meine Freunde. Deine Freunde. Untertitelung des ZDF, 2020